Oh mein Gott Leute, heute zeige ich euch mein neues Auto! Leute, das ist das hier hinten und es ist schwarz und das geht gar nicht Leute, es muss auf jeden Fall pink werden! Lila, Blau, kommentiert mal eure Lieblingsfarbe jetzt, ich muss unbedingt wissen. Das ist unsere alte Pinkfarbe, oh mein Gott Leute, das wird eine von diesen beiden Farben. Los geht's! Zwei, eins, los!